Okay, ich bin soweit. Drei, zwei, eins, brenn! Master of Hellfire! Und so sieht es aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn unser Rolfi hier als lebende Wacke, ja, der Wind drückt natürlich. Oh, oh, da kann er nur an eine Seite rennen, sehe ich gerade. Aber die Flammen gehen ja schon wieder aus. Lauf mal schnell zurück, Rolf. Kleines bisschen. Oh, der hat jetzt so spät geflammt. Egal, für die erste Show in der ersten Veranstaltung war das Ganze ganz okay. Und hier kriegt er noch seinen Applaus. Rolf Eckenwein. Bitteschön!